Nach Leinenhändling und Hafenmanövern geht es im vierten Teil unserer Seemannschaftsserie raus aufs Meer und um die Quintessenz des Ganzen, Setzen und Bergen von Segeln. Ja, beim Setzen der Segel, vielleicht vorab, bevor wir in die Details gehen auf dem Boot, so ein paar allgemeine Bemerkungen dazu. Es ist immer ganz ratsam, sich erstmal einen ruhigen Ort dafür zu suchen. Also nicht rauszufahren, da wo es schon richtig ballert, viel Wind ist, sondern Landabdeckung suchen. So wie wir hier gerade vor Neustadt, wir haben ablandigen Wind, hier wäre jetzt eine super, sieht man ja auch, hier ist nicht viel los, wäre eine super Situation, um hier schon die Segel zu setzen und dann rauszufahren mit den gesetzten Segeln, bevor man draußen ist und dann überfällt einem vielleicht eben mehr Wind und man muss damit stark schlagenden Segeln arbeiten. Allerdings ist es auch immer, wenn man sich so eine Abdeckung sucht, da ist es ein bisschen böiger. Also die Böen, die da reinkommen, sind ein bisschen stärker, aber das ist wahrscheinlich besser immer noch, als draußen auch mit Seegang, also wo es ruhig ist und nicht ganz so viel Wind ist. Da sich so eine Situation suchen. Grundsätzlich kann man auch sagen, beim Segel setzen, das gilt auch fürs Bergen, je schneller, desto besser. Also je schneller die Segel oben sind, desto besser, weil man braucht weniger Manöverraum. Normalerweise fährt man ja ganz leicht gegen den Wind. Auch dazu schon mal jetzt direkt ein Tipp, immer nur so schnell fahren, die man wirklich braucht, um die Yacht manövrierfähig zu halten, denn je schneller wir gegen den Wind fahren, desto mehr Fahrtwind produzieren wir uns natürlich. Der potenziert sich zum wahren, zum herrschenden Wind und wir haben mehr Wind an Bord, als wir eigentlich bräuchten und die Segel schlagen umso mehr. Gerade im Regatta-Bereich oder bei Booten, wo es die Crews richtig gut können, wird da auch ganz gerne rückwärts gefahren. Deswegen, das reduziert den Wind an Bord, setzt allerdings auch eigentlich eine Crew voraus, dann alleine rückwärts zu fahren und zu steuern und noch einen Fall zu bedienen, ist fast unmöglich, weil die Yacht natürlich dann einem auch schnell außer Kontrolle gerät. Aber das eben grundsätzlich langsam fahren, aber die Segel schnell hoch, umso weniger Manöverraum brauche ich dafür, allerdings auch nicht überhastet. Alles so, dass es gut im Griff bleibt. Bei den allermeisten Booten ist es auch richtig, erst das Großsegel zu setzen und dann die Genua. Hat einen ganz einfachen Grund, gerade wenn man am Mast arbeiten muss und man setzt erst die Genua und steht dabei im Wind, dann verprügelt eine am Zeitsfalle die hin- und herschlagende Genua. Und das muss eben nicht sein. Andererseits, wenn ich erst das Großsegel oben habe und setze, kann ich schon mit dem Großsegel losfahren, kann auch schon auf den Raumschutzkurs gehen und da dann die Genua ausrollen, was übrigens auch viel leichter geht, als im Wind zu stehen. Also erst Großsegel hoch, dann Genua raus, beim Bergen genauso. Wenn nicht andere Gründe jetzt für eine andere Reihenfolge sprechen, die selten sind, aber die kann es geben, da auch wieder erste Genua rein, dann das Großsegel runter. Und ein letzter Tipp noch, bevor wir wirklich an die Details gehen. Es ist ganz ratsam, so ein Spruch, alles was schäkelt, soft. Das heißt, wenn man an der Genua Schäkel haben sollte und da die Schot einschäkeln sollte, wo ich eigentlich keinen echten Grund weiß, warum man das so machen sollte, aber das gibt es teilweise immer noch, also wenn überhaupt irgendwo Schäkel dran sind an den Segeln und so, dann soft Schäkel nehmen, denn wenn da vorne eine Genua hin und her schlägt, mit harten Schäkeln kann es zu Verletzungen führen oder der Mast wird zerkratzt und so weiter. Deswegen eigentlich Schäkel ab, aber wenn Schäkel, dann soft Schäkel nehmen. Beim Segelsetzen ist erstmal ein ganz guter Tipp beim Setzen vom Großsegel, wenn wir hier ein normales Großsegel haben, was auf dem Großbaum liegt, die Jacht so zu steuern, dass sie nicht genau im Wind liegt, sondern dass der Großbaum hier so ein bisschen an der Seite ist, hat den Vorteil, dass wenn er hin und her schlagen sollte ein bisschen, dass er nicht hier komplett übers Cockpit drüber schlägt, so wie bei mir jetzt gerade, aua, da fahre ich sogar nicht weit genug unten. Aber genau das nicht passiert und deswegen auch Kommando an alle, die nichts zu tun haben hier während des Manövers, Köpfe runter, weil genau das kann eben passieren. Und deswegen so ein bisschen zur Seite und der Tipp ist auch insofern ganz gut, wenn es vorher geregnet hat, kann hier immer mal Wasser drinstehen. Wenn ich das hier mit Schiffs hochnehme, fällt das hier alles auf die Crew und im Zweifelsfall den Niedergang runter das Wasser, das muss auch nicht sein. Deswegen so ein bisschen seitlich hier raus. So, bevor das Segel hochgeht, einmal sicherstellen, dass alle Leinen, die damit zu tun haben, auch wirklich lose sind und nicht das Setzen am Ende blockieren können. Das ist einmal der Niederholer. Wenn der zu stramm gesetzt ist, kriege ich das Großsegel auch nicht ganz vernünftig hoch. Deswegen den lösen, die Reff-Line aufmachen im Zweifelsfalle, dass die, wenn vorher ein Reff drin war oder man hat im Hafen dran gezogen, dann können die das letzte Stück auch blockieren. Alles eben so machen, dass das Segel frei schwingen kann. Den Traveller auf einer Position, vielleicht auch nicht genau mittig, dass man den Niedergang noch frei hat, aber den Traveller auf jeden Fall fixieren, dass der hier auch nicht hin und her fahren kann, wenn das Segel schlägt, weil da kann mal ein Finger am Weg sein und dann fährt er drüber, das ist auch nicht so schön. Also den festsetzen und die Großschot auf jeden Fall auflassen, denn der Großbaum muss schwingen. Der muss sich im Prinzip so ein bisschen immer in die Windrichtung hinschwingen können, gerade wenn es Lazy Jacks sind, sonst verfängt sich das Segel gerne in den Lazy Jacks. Dann kann das Segel hoch. Die Klemme fürs Großfall würde ich immer zumachen. Da kann nämlich nichts passieren, wenn ich abgelenkt bin, muss das mal loslassen, dann rausschwinge ich alles runter. Da kann man ziehen. Wichtig ist, dass derjenige, der das Fall bedient, immer hochguckt ins Segel, was da passiert, wo das Segel gerade steht, was er da tut. So, wenn wir dann alles vorbereitet haben, bevor das Segel wirklich letztendlich jetzt hochgezogen wird, noch einmal rundumblick, ob irgendwelche Hindernisse da sind, ob man wirklich freien Manöverraum hat, denn wenn jetzt irgendwas im Weg ist, ist es ganz blöd. Und dann zügig hoch, Klemme zu, dann kann man es auch zwischendurch leicht auf die Windsch tun und umlegen und so und dann zügig die ersten Meter hoch. Wenn man jetzt sieht, dass sich die Latte in den Lazy Jacks anfängt zu verfangen, muss der Steuermann entsprechend steuern oder man kann auch eben den Großbaum entsprechend ein bisschen dirigieren, hier hin und her, um die Lazy Jacks aus dem Weg zu bringen. Und dann, so wie es die Kraft erlaubt, hoch und dabei ins Segel hochgucken, dass man wirklich sieht, wo man was tut, was man da tut. Wenn die letzten Meter zu schwer werden, einfach über die Windsch und den Rest dann per Kurbel eben rein und auch dabei immer der Blick abwechselnd zur Windsch und hoch, dass man sieht, ob das Teil vernünftig läuft und dass man da oben auch kein Mist macht. Und dann die erste Spannung, so dass es erstmal Spannung drauf ist, das muss noch nicht der letztendliche Trim sein, aber dass es erstmal schon mal gut durchgesetzt ist. Und dann ist das Segel, wenn das Segel jetzt oben ist, dann Niederholer, Refflein gucken, sind die alle lose, okay, da kann man eventuell noch ein bisschen handwarm nachziehen, dass sie nicht so schlackern, dann zu, Niederholer schon mal ein bisschen handwarm anziehen, dann hat man jetzt, dasselbe gilt fürs Unterlieg und dann hat man jetzt schon mal so eine Art Grundtrim hergestellt, mit dem man losfahren kann, den man dann noch variieren kann. Wenn das große Geil jetzt oben ist, Windsch wieder freimachen, schon mal Fall. Alles, was man hier hatte, klarieren zum schnellen Bergen auch wieder. Kann ja sein, dass irgendwas gleich ist und man das wieder runternehmen muss, das heißt einmal durch die Hand laufen lassen und ich mache es dann ganz gerne jetzt erstmal direkt in Niedergang runter, dann weiß ich, das kann ich jetzt direkt wieder ausrauschen lassen. Das kommt auch so wieder hoch und dann kann die Genua raus. So, bei der Genua gilt fürs Raus, bei der Rollgenua fürs Rausholen und auch fürs Bergen, das geht viel, viel leichter, wenn wir das Raumschutz sogar vor dem Wind machen, denn dann sind die Lager entlastet, der Wind hilft mit beim Ausrollen und es schlägt nicht vorne irgendwie ein Segelwild hin und her. Wenn man jetzt natürlich gleich auf einen Armwindkurs gehen will, kann man sich auch auf den Armwindkurs setzen. Wir zeigen jetzt aber mal, wie einfach das eben geht, wenn man sie Raumschutz rausholt. Das heißt, wir fallen jetzt einfach ab und segeln schon mal los, weil wir haben das Großsegel ja oben. Alles fein. So, und gehen im Prinzip auf einen tiefen Raumschutzkurs. So, und bevor wir die Genua jetzt rausholen, ist wichtig, dass die Wickeleine der Genua, dass wir die einmal checken, dass sie auch wirklich frei läuft, dass da jetzt keine Kinken oder sowas drin sind. Das heißt, einmal vom festen Ende wieder zum losen, komplett einmal durch und jetzt vom losen Ende können wir die auch wieder erstmal in den Niedergang schmeißen. Könnten sie auch beim Meerwind hinten rausschmeißen, dann wissen wir genau, dass sie gut läuft. So, hier runter. Dann die Wickeleine aufmachen. Und je nachdem, wie groß jetzt die Genua ist und wenn man sich nicht sicher ist, kann man die Wickeleine auch einmal, vielleicht sogar zweimal um die Wind schlägen. Kann man natürlich die Schot vorher hier abnehmen. Dann, wenn da viel Power drauf ist, kann sein, dass einem die Genua sehr schnell ausrauscht. Und das soll sie eben nicht. Die Wickeleine wollen wir ganz kontrolliert führen, um Überläufe auf der Trommel zu vermeiden. Denn wenn die so rasend schnell ausläuft und die Leine lose ist, kann es eben zu Überläufern führen. Und dann haben wir ein Problem, dann müssen wir da vorne rum experimentieren. Die Wickeleine können wir dem Steuermann geben, die hat eh nichts zu tun. Und jetzt hier mit ein, zwei Wicklungen um die Genua drehen wir sie raus. Und wir sehen, dass jetzt hier schon nach den ersten paar Metern hilft der Wind mit. Die kommt ganz easy raus. Dabei sollte das Achterstark auch möglichst auf sein und auch das Genua-Fall nicht zu sehr gesetzt, um eben die Beschläge zu entlasten, die Lager zu entlasten. Umso leichter rollt sie. Und dann ziehen wir sie raus. Und das geht ja relativ schnell alles. Belegen und haben sie im Prinzip schon auch für eine gute Kreuzstellung belegt. Jetzt auch ohne Druck, ohne die Windsch groß zu brauchen. Und jetzt können wir, wenn wir jetzt an den Windkurs gehen wollen, gehen wir hoch am Wind. Die Wickeleine kann hier zu. So, muss sich gar nicht so beeilen mit der Schot. Da kann man mal warten, bis das Segel so ein bisschen killt. Da hat man es nicht so schwer. Die Genua steht schon. Und gehen wir richtig hoch am Wind, Steuermann. Und dann segeln wir los und haben mit der Genua gar nichts mehr zu tun. Die steht ja schon. Die haben wir ja vorhin schon ganz leicht einfach gesetzt, ohne groß Druck zu haben. So, jetzt sehen wir mal den Unterschied zum eben gezeigten Raumschotz oder vorm Wind ausrollen. Wir rollen sie jetzt mal am Wind aus. Ich führe wieder die Wickeleine ganz, ganz, ganz langsam und ziehe dabei die Schot. Aber ich habe keine Chance, so wie eben, das Segel dabei gleichzeitig dicht zu kriegen. So, jetzt geht schon der Rest raus. Der Zugopfer Schot wird schon zu stark. Und ich muss jetzt relativ viel Schot mit der Windsch reinkurbeln. Die Schürze ist über dem Seezaun. Das sind so alles Nachteile, die ich habe, wenn das eben am Wind passiert, das Ganze. Die Schürze kommt hier bei dem Boot rein, das ist gut. Aber ich sitze hier in Lea und muss hier arbeiten. Das muss ich nicht, wenn ich die vorm Wind rausnehme. Da kriege ich die schon so dicht, ohne was zu tun. Klarieren die Schoten, auch die Luftschot. Wickeleine zu, abnehmen. Luftschot vorbereiten, dass wir schnell reagieren können, falls wir wenden müssen. Großsegel dicht. Und wir sind auf dem Anwindkurs. Traveller in die richtige Trimmstellung. Jetzt sind wir ganz gut, erst mal so Mitschiffs anzufangen. Kann man sich dann rantasten, ob man ihn weiter draußen oder wer da drin haben will. Und jetzt merken wir schon, schön böig. Unsere Winner 9 läuft richtig gut. An dieser Stelle Dank an unsere Unterstützer Nordic Yachting und Heilberg Rassi Deutschland, die mit zwei Yachten diese Produktion möglich gemacht haben. Doch auch wenn es gerade richtig Laune macht, sind wir ja nicht zum Spaß hier. Also nächstes Thema. Wenn wir jetzt kurz vorm Hafen sind und wollen die Segel bergen, ist es auch wieder ganz ratsam, eigentlich die Genua nicht jetzt in den Wind zu stellen, das Boot und die Genua da zu bergen, weil sie da sehr stark schlägt eben und auch faltig normalerweise einrollt. Deswegen abfallen, kurz abfallen auf den tiefen Vormwindgang und da die Genua dicht nehmen. Das machen wir jetzt. Großsegel auf richtig. Fallen schön ab. Natürlich Manöverraum wieder vorausgesetzt. Und auch aufpassen, dass wir auch keine anderen Yachten in der Gegend haben. So, und wenn wir jetzt vorm Wind sind, ist der Druck raus. So, wir sehen schon, wir sind jetzt abgefallen. Wir sehen, der Druck ist völlig aus der Genua raus. Machen das Achterstark noch auf, um den Druck auch von den Beschlägen vorne zu nehmen. So, und können jetzt ganz einfach über die Wickelleine die Genua einrollen. Das heißt aber auch immer so weit anluven, dass so ein bisschen Druck in der Genua ist und gleichzeitig die Schot ganz leicht vieren, um sie eben überhaupt einrollen zu können, aber eben sauber einrollen zu können. So, die Schot muss ein bisschen mehr auf. So, und jetzt kann ich hier eben auch als Steuermann, ich brauche die Crew gar nicht, kann ich sehr leicht die Genua einrollen und eben auch sehr sauber kommt sie rein. Sieht man jetzt sehr gut. So, die ist dicht. Leine ein bisschen klarieren, die Schoten alle leicht anziehen, dass sie nicht groß überschlägt vorne. Und jetzt ist es soweit, dass man das Großsegel runternehmen kann. Jetzt in den Wind gehen. Man kann das auch Raumschutz versuchen. Da gibt es Lehrmeinungen, die das vertreten, dass man auch das Großsegel Raumschutz runternehmen. Ich halte da nicht so wahnsinnig viel von. Und hier im Prinzip, genau wie beim Bergen, in den Wind stellen. Nicht ganz in den Wind, dass der Großsegel immer noch leicht aus dem Cockpit raus ist. Und jetzt im Prinzip die umgedrehte Reihenfolge. Maschine läuft, ganz leicht voraus eingekuppelt, eben nur wieder so viel Fahrt, wie wir brauchen. Das Fall vorm Fallen lassen, einmal wieder klarieren. Das heißt, einmal ganz durchholen und wieder ganz nach unten werfen. Dann weiß ich, es kommt so wieder raus, wie es war. Das Fall über die Winch ein-, zweimal sichern, weil ich gar nicht weiß, wie viel Druck da am Anfang drauf ist. Jetzt muss der Steuermann kurz in den Wind gehen, gerade für das erste Stück. Klemme auf und jetzt langsam und kontrolliert fallen lassen. Nicht einfach runterrauschen lassen. Jetzt kann ich auch schon von der Wind stehen. Kontrolliert runter. Wenn es nicht weiter kommt, muss man eben nach vorne und dem Segel ein bisschen helfen, dass es sauber runterfällt. Wenn es unten ist, erst mal so auf dem Baum. Das ist jetzt noch ziemlich egal, wie es erst mal liegt. Das kann man alles im Hafen tun, wenn ich so ein Lazy-Bag-System habe. Leicht rüber, dass ich schon mal leicht gesichert habe alles. So, jetzt kann man hier noch einen Zeiser drüber machen. Wind wird mehr. Kann man einen Zeiser drüber machen, ist es gesichert. Und so kann man jetzt erst mal in den Hafen fahren und kann es da ganz in Ruhe auftuchen. Da braucht man jetzt hier nicht im starken Wind groß noch rumhantieren. So, jetzt zeigen wir mal die Variante mit einer Roll-Ref-Anlage. Das ist hier eine Selden-Rollanlage, Großsegel-Rollanlage. Das ist ein bisschen anders natürlich als beim normalen Standardsegel. Die Vorbereitung ist wieder dasselbe. Leinen klarieren, alles lose haben. Der Steuermann steuert mit so wenig Fahrt wie möglich, aber dass er eben das Schiff noch manövrierbar hat, um eben den Winddruck, wie wir es ja schon mal hatten, so gering wie möglich zu haben im System. Steuert er gegen Wind und zwar so, dass der Großbaum immer so leicht zu einer Seite ist. Großschotlos, dass sie gleich ausrauschen kann. Und hier bei der Anlage ist es, weil die so rum wickelt, ist es ganz gut, wenn der Baum so ein bisschen zu der Seite steht, weil umso leichter geht sie rein, geht aber auch zur anderen Seite. So, wenn wir soweit vorbereitet haben, bei der Anlage hier ist es wichtig, dass Fell-In, Fell-Out, das sind die beiden Leinen, die da die Rollanlage bedienen, dass die beide aufkommen. Und raus holt man das Segel mit der Ausholleine, kann man sich hier nochmal über die Windsch ein bisschen sichern, falls zu viel Druck kommt und weil es jetzt ja ganz in den Mast reingerollt ist, hat es am Anfang ein bisschen mehr Widerstand und da kann man eine Variante sehen, die wir schon mal für das, was wir schon mal gezeigt haben, das Einfallen in eine Leine, wie man eben viel mehr Kraft in eine Leine bringt, nämlich, wenn ich jetzt hier wieder, wie bei einer Hanepot, einfach so das Segel rausfäre. Jetzt habe ich schon das größte Stück geschafft und kann den Rest hier einfach mit dem Outhol rausholen. Und hierbei auch wieder dahin gucken, wo die Arbeit entsteht. Wenn man damit fertig ist, die In- und Aus wieder belegen, Großschot dicht und wir können im Prinzip jetzt entweder am Windkurs, wenn wir das wollen, die Genua setzen oder abfallen und sie vorm Wind, fast vorm Wind rausnehmen, was viel, viel einfacher wäre. Aber man sieht schon eben, sehr einfach, deswegen gibt es Rollsegel, weil es eben halt tatsächlich einfacher geht, das Ganze. So, hier haben wir nochmal eine andere Variante, die Genua auszurollen. Wir haben keine Wickeleine, die Wickelanlage ist elektrisch. Das heißt, ich habe hier einen Hebel hoch, runter, das ist einfach rein, raus. Und wenn ich den Hebel jetzt hoch mache, fängt die Anlage an rauszurollen und das Ganze auch wieder auf dem tiefen Raumschutz, fast vorm Windkurs. Denn ich kann hier auch wieder, der Wind hilft jetzt zwar nicht wahnsinnig, weil die Anlage von alleine rollt, aber wenn ich tief genug bin und den Druck rausnehme, kann ich hier mit der Schot eben auch schon immer mitarbeiten und habe die Genua schon mal drin. Ich brauche nachher gar nicht mehr groß, wenn ich am Windkurs gehe, kurbeln. Können noch ein kleines Stück tiefer fahren, dann geht es noch besser, dass der Druck noch ein bisschen mehr raus ist. Dann habe ich nämlich auch die Schürze, behalte ich drin. Muss da vorne immer gut aufpassen, dass das Segel halbwegs an Bord bleibt. Das mache ich so nach und nach und brauche überhaupt keine Kraft dafür. Das ist das Gute. Ich brauche nur die Lose aus der Genua eben rausholen. Mit der Schot eben das Ziehen, was geht. So, jetzt ist sie auch schon fast komplett draußen. So, noch einmal ziehen. Das war es mit der Hand, aber sie ist im Prinzip auch schon fast dicht. Belegen, jetzt kann ich sie das letzte Stück noch hier auch wieder elektrisch dicht nehmen. So, und die Genua ist schon getrimmt und jetzt können wir direkt anloven und am Wind gehen und brauchen uns dabei gar nicht mehr um die Genua kümmern. Das funktioniert so nicht, wenn wir das am Wind machen. Dabei immer ein bisschen auf den Steuermann warten, das Segel gar nicht groß gegen den Winddruck dicht nehmen, sondern immer leicht killen lassen und einfach nur die Lose rausziehen. Da kann der Steuermann auch ein Stück zu hoch in den Wind. Dann habe ich dicht und jetzt fällt er auf dem anderen Kurs ab. Und alles ist mit relativ wenig Kraft und schon vernünftig hingetrimmt. Hier sehen wir übrigens auch auf dem Boot, was ich vorhin meinte, alles, was schäkelt, soft. Hier sehen wir nämlich am Schothorn einen Soft-Schäkel. Beim Einrollen ist es dasselbe wie eben beim Ausrollen. Ich brauche hier bei der Variante nur den Hebel bedienen und sie rollt von alleine ein. Ich muss nur gucken, dass es halbwegs ohne Falten passiert, das Ganze. Hier nützt natürlich das Formwindsein weniger, als wenn ich das per Hand bedienen muss. Die Windsch würde das sonst auch machen, aber die Fock rollt auch hier viel sauberer ein auf dem Kurs, als wenn ich das am Wind machen würde und sie schlägt. Deswegen auch hier, wenn es das Revier zulässt und alles, ruhig runtergehen auf dem Fast-Vormwind-Kurs und sie ohne Druck einrollen. So, wir haben die Genua jetzt weggenommen, Aufschießer gemacht in den Wind. Die Schoth bleibt offen. Man muss die Autoleine aufmachen, leicht vieren. Und mit der Föll-In-Leine gehen beide wieder auf und mit der Föll-In-Leine reindrehen. Das geht jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Da braucht man schon ein bisschen Bergkraft, kann man sich aber auch die Wind stehen, wenn man will. So, und zum Schluss in und out festziehen, dass man, dass er sich nicht alleine rausdrehen kann und die Autoleine auch, soweit es geht, dicht nehmen. Erledigt. Großsegel sichern. Und das war's. Wir hätten hier natürlich auch den Luxus einer Elektro-Winche, aber wir wollten es eben zeigen, wie es per Hand geht. Alle Leinen klarieren und entspannen. Und während ihr euch jetzt ganz entspannt die Manöver nochmal durch den Kopf gehen lasst, empfehlen wir euch unser Seemannschaft-Kurz-Abo mit allen Teilen aus der Serie in gedruckter oder digitaler Form. Im nächsten Teil dann zeigt euch Lars, wie ihr Böen einfach und sicher parieren könnt. Demnächst hier bei Yacht TV. Untertitelung. BR 2018